Hey Leute, Wernock hier. Diesmal habe ich für euch die Marlock. Die Marlock ist eigentlich nur eine abgesägte Grinlock. Aber die Marlock ist um einiges stärker als die Originalwaffe. Zu der Waffe ist zu sagen, 30% Status, das ist extrem viel für eine Sekundärwaffe, und 64 Schnittschaden, 16 Durchschlagschaden und 80 Einschlagschaden. Also ist auf jeden Fall schon mal extrem geil gegen Korpus. Aber eigentlich muss man sagen, bei so hohem Schaden ist die Waffe schon wieder als Allrounder gut geeignet. Magazingröße von 6 ist vollkommen ausreichend, die Genauigkeit ist verdammt gut und die Feuerrate ist auch hoch. Zudem, muss man noch wissen, zeige ich euch auch gleich, die Waffe hat eine witzige Nachladeanimation nach jedem einzelnen Schuss. Also meiner Meinung nach lohnt es sich ja, bei so semi-automatischen Waffen nicht wirklich die gegen Korpus zu modden. Deshalb habe ich jetzt mal hier einen etwas allgemeineren Bild gemacht, der nebenbei auch sehr, sehr witzig ist. Weil wie ihr jetzt hier seht, die Waffe hat 99,4% Status. Und da ich Elektro und Gas drin habe, ist es jetzt wieder so eine kleine Pocket-AOE-Sniper. Zu den Stats ist einfach zu sagen, äh, zu den Mods ist zu sagen, tödlicher Schwall, Laufstreuen, Kornissenstich, wie immer. Und dann als die letzten Mods, Pathogenprojektile, Pistolenpestilenz, Schmoren, Flammenladung und Ruck. Dadurch komme ich halt eben auf die sehr hohe Statuschance, aber meine Original-Elementarschäden sind jetzt nicht ganz so hoch, als wenn ich jetzt nur die puren großen Mods drin hätte. Aber es ist auf jeden Fall mal das wert auszuprobieren und ich persönlich spiele diesen Bild sehr oft und sehr gerne. Viel Spaß damit! Viel Spaß damit!